Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette. Bewette den Part und wie immer viel Spaß! Was ist denn das hier? Wer ist das hier? Ist das Maudado? Das ist Maudado! Mein Flugzeug war da nicht drin. Ich helf dir mal, Maudado. Ich muss schnell weg. Hallo. Hallo, hey, steig doch ein. Komm, du bist da noch zurück. Ich glaub, du würdest da drinnen sitzen. Nein, nein, ich bleib bei meiner Beute. Oh Gott, sie rollt. Hilfe! Oh, der Flügel ist ab. Nein! Die spawnt doch, wenn ich nicht hinguck. Und Zombay ist auch ab. Zombay, bleib da weg! Das ist nicht gut für dich. Ja, ich lebe. Jawoll. Hey, das ist meine Leiche. Du siehst sie noch? Ja. Meine Freunde sind alle weg. Kannst du weiter... Ja, ich kann da nicht reinfahren. Der ist zu groß für den Hangar. Zu groß für den Hangar? Wir sind alle bei der Dings. Das rechts ist mein Hangar, das ist mein Flugzeug. Wo bist du denn? Bei der Militärbasis sind wir wo? Aber die ist viel zu weit weg, da komm ich nicht. Wo bist du denn? Ja, ich bin in der Stadt! Bei Shadow Batman Batuhan, achso! Der ist bei mir eingestiegen. Dann bleib doch bei deinem Shadow Batuhan. Bei deinem Shadow Bratan. Es ist nicht so, wie es aussieht. Natürlich, natürlich. Wir haben mir die ganze Zeit Spaß und dann sehe ich dich ja bei jemandem anders im Auto. Ja, ich habe hier mit dem bisschen zu hart. Der hat mich auch zurückgelassen. Ich war einfach nur schnell. Ja, aber du bist auch hübsch und schnell. Und ich habe F gedrückt. Oh. Er ist echt dumm und schnell. Hast du schon wieder seinen Teil zerstört? Ja. Ja. Echt jetzt? Oh, guck mal, als hätte er euch zugehört. Guck mal in Chatmenu. Hä? Warum? Warum verschwört ihr euch denn jetzt gegen mich? Tja, frag dich mal warum. Ich fand auch ein Gönner. Naja. Ja, warum erst jetzt? Ich habe dir nur mal Geld überwiesen. Hast du nicht? Doch. Schön wär's. Ja, aber was macht ihr da hinten? Geht dich gar nichts an. Ja, warum geht ihr denn immer weiter weg? Hä, wie stehen ihr seit fünf Minuten? Wer ist wir? Und warum ist dann mein Ziel woanders? Hier ist ein Brathahn. Aha. Mein Sugar-Brathahn. Ich bin verbackt. Ja klar. Ich habe mein Motorrad angefordert, aber es kommt nicht und deswegen kann ich jetzt nichts mehr anfordern. Wer schießt denn hier gegen? Ich bin doch friedlich. Ach, da unter mir seid ihr. Ich komme. Ich komme. Hallo. Ich bin ein ganz großer Fan von euch. Ganz großer Fan. Hallo. Na, Baduran. Ich wäre so gerne dein Freund. Er hat ein Messer in der Hand. Na komm doch her. Hä? Wir zauern doch nicht. Ach guck, jetzt ist er mal wieder aufgewacht. Ich will mich jetzt aufstechen. Oh Gott! Was macht der da? Er bringt mich halt für dich instern um. Ich bin eine Stunde hingelaufen. Er muss ja immer wieder unbeschützen. Hey, ich war einfach nur friedlich da. Nein. Absolut kranker Typ ey. Oh. Daneben geschossen. Ah, er will mich abstechen. Hätte ich jetzt auch. Hab ihn. Ich hab dich gerecht bei dir. Weil du bist doch meine Nummer eins. Du bist doch meine Nummer eins. Ich hol dich ab. Okay, danke. Du wirst es mich vorher retten können. Hey, ich hab dich halt. Hallo? Und nicht erst nach meinem Ende. Nehmen wir Bratan mit? Nein. Aber der schießt uns nur noch pro ab, wenn wir den nicht mitnehmen. Nein. Nein, macht den nicht. Er ist Bratan. Oh Gott, er will mich umbringen. Ah. Ah. Wow. Wow. Starte. Okay, dann fahren wir. Oh, oh. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Bring ihn um. Er hat euch kaputt gemacht. Er hat euch kaputt gemacht. Ja, dann bring ich euch alle um. Wow. Ach schön. Hat geklappt. Und da fragst du dich noch, warum ich mich von euch fernhalte. Ich geh. Hä? Warum denn? Er geht jetzt in seinen Pizzaofen. Er geht in seinen Pizzaofen. Der Junge ist so reich, ne? Es ist so lächerlich, wie viel Geld er hat. Dass er sich da so einen eigenen Steinofen hat in die Wohnung bauen lassen. Ja. Ja. Für ein Video. Ja, dabei mag er nicht mal Pizza. Und dann war es nicht mehr im Titel. Dabei mag er nicht mal Pizza. Oh. Oh. Oh Gott. Oder auf meinen Hacker-Adder zu zerstören. Ist das echt noch Überbleibsel? Ja. Das ist der Hacker-Adder. Der Hacker-Adder. Komm her. Du bist doch zehnmal schneller als der normale Adder. Ey. Guck mal, Shadow-Button. Ich bin in der Wüste. Ja, doof, ne? Was denn? Ja, dein Hacker-Adder kann das nicht aus... Oh, der ist... Was denn? Der ist nicht wirklich unbesiegbar, oder? Der probiert es aus. Oh. Hä? Hä, ich hab doch davor schon zehnmal gegengeschossen. Ich hab davor schon... Hast du den Hack denn ausgemacht, oder was war das? Ja. Ich hab ihn dann deaktiviert per Voice-Command. Was mit einem? Hallo Leute. Darf ich wieder zurückkommen? Nein. Hä? 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 Eine Schüssel. Was? Eine Schüssel Gold? Gold-Smacks. Wo steht neben der einen Schüssel? Die zehn Teller da? Nee, nee, nee. Die ist in der Warte. Ich mach mal ein Bild. Oh ja, mach mir ein Bild. Der ist jetzt unser Störber. Erstmal mach ich den Ordner zu mit meinen Funk-Daten. So. Hahahaha. 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 Junge. Was ist denn los bei dir? Hahahaha. Als wenn er über alle Teller stolpern würde, die er hätte. Hahahaha. Hahahaha. Der räumt immer die Spülmaschine ein, währenddessen er aufnimmt. Hahahaha. 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 Das sieht nur so schlimm an, mein Mikrofon ist einfach komplett falsch eingestellt. Hahahaha. Messiedado. Das ist grad echt nicht. Oh. Ich hab ein Bild gemacht, Freedom Squad Gruppe. Okay, ich guck nach. Das ist echt nicht so schlimm, Leute. Also da übertreibt ihr. Hahahaha. Noch dieser. Dieser Fuß. Hahahaha. 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 Wirklich? Damit... Das ist halt... Ein Baum... Fotografisch, hast du gerade deinen Fuß? Das hast du ja... Fotoschnell gemacht! Wie sieht das denn aus? Warum liegt der Ordner auf dem Boden? Ich hab meine Steuern gemacht! Am Boden? Nee... Alter, saug doch mal! Ich lass doch mal den armen Jungen in Ruhe! Ich leg alles auf dem Boden, was ich nicht auf dem Tisch handel! Als ob dein Fuß ist! Mann! Mann! Ich lösche das Bild! Ich hab's schon gespeichert! Scheiße! Ich zensier den Fuß! Oh Gott! Nein, nein, nein! Das wär der ultra eklig! Füße sind was komplett normales! Ja, nee, nee! Erstens wollen die Leute keine Füße sehen und... Jetzt schneid dir doch mal die Fußnägel! Hallo! Hallo! Darauf hab ich gar nicht geachtet! Der ist ja ekelhaft! Der... Nein! Er hat einen super gepflegten Fuß! Ja, nee! Du brauchst jetzt nicht schönreden! Ich meine, ich hab zwar zensiert für die Leute, aber... Alter, der hat ja sogar eine andere Farbe! Du musst hinter der Zensur um! Ich hab den blau tätowiert! Nee! Das wär noch cool! Oh Palette, da bist du ja! Was gab an da gerade? Du hast mich hier exploded! Hab ich gar nicht! Auf! Auf! Du... Okay! Schau mal ein anderer Hacker! Oh! Oh! Alles klar! Buh! Warte! Heißt das, wenn ich jetzt aussteige, lauf ich wieder so komisch? Aua! Vielleicht wär dein Auto einfach nur besessen! Hä? Hallo, lass doch mal! Äh, ey, ey, ey! Jetzt wär doch ein Hacker! Nee, da guck! Siehste? Lass mich mal! Was denn los? Ja, stell bevor ich sterbe! Hä? Wenn ich Gas gebe! Ja, klar! Aber im Boden geht's jetzt, wenn ich kurz mal stehen geblieben bin! Oh nein! Das ist... Ich bring's dir dann gleich! Kann ich denn nicht noch eintreten? Mir ist grad aufgefallen, die Grafikkarte, die ich vor bestimmt zwei Wochen umgebaut hab, die alte liegt immer noch auf dieser Couch! Ist doch gut! Ja! Fühlt sich doch gut an, für die! Hallo, Pikachu freut sich vielleicht drüber! Geh mal, ich hab dein Motorrad! Der war noch arm, die Grafikkarte sogar! Lass mich mal testen! Ja, aber ramm mich runter, bitte! Okay! Ne, wo fährt der denn jetzt hin? Hä? Warum fährt der einfach weg? Döke! Da! Wer fährt denn weg? Ne, dieser Buh fahren mit mir! Achso! Du wirst grade entführt! Ja, ich bin rausgesprungen! Richtig so! Lass, lass das nicht! Ich fahre wieder zurück! Ja, will ich wieder mitnehmen! Boah, ich rette dich! Steig aus! Ich steig aus! Ich bin in meinem eigenen Auto! Okay! Da ist er hinter mir! Moment, das ist eier! Ja! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Da! Du hörst auf hier meine Palette mitzunehmen! Du kranker Typ! Ja! Ich hab ihn! Ich hab dich! Warte jetzt! Oh! Power geht auch! Power geht auch! Ja! Warte mal! Warte mal! Power! Spawn Centorno! Ja! 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 Oh! Ja! Ja! Okay! Es klappt! Es klappt! Es klappt! Es klappt! Es klappt! Fragezeichen! Power! War das so? Oder war das? Power! So! Also Power sehe ich nichts. Nee. Was soll Power machen? Erhöht die Power von deinem Auto? Tut es nicht. Endgeschwindigkeit. Endgeschwindigkeit. Achso. Probier nochmal. Okay, warte. Oh. Power. Ah doch, doch, doch. Mein Auto hat, glaube ich, eine höhere Maximalgeschwindigkeit. Oh, ja, 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 ja. Okay, ich flieg fast. Ja. Alter. Was hast du denn eingeliehen? Power 100... eine Million oder 100.000? Nee, 100.000. Ich muss in der Nähe sein. Warte mal. Steig ein. Oh ja, ich merk's jetzt auch. Okay, krass. Ihr rast mir ja davon. Okay, jetzt. Okay, das merkst du sofort. Ich tipp's nur an und flieg schon fast. Lass mich mal einsteigen. Geht nicht, hier ist schon der Typ drin. Oh Gott, ich fliege. Er meinte, er muss in der Nähe sein. Und hier passt nur einer rein. Ich helf ihn raus. Dann geht's ja nachher nicht mehr. Doch, das ist aktiv, Manu. Nee, nee, ich glaub, nur das Auto. Also, ich bin ja auch nicht in der Nähe. Und mein Auto geht richtig krank ab. Vielleicht wird's in Autos gespeichert, wenn's einmal modifiziert sind. Oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt haben wir. Kick ihn. Ja, ich bin unterwegs. Oh, es hat bei meinem Motorrad jetzt funktioniert. Eine Sekunde, ich war gerade so schnell. Jetzt geht's nicht mehr. Hä? Jetzt steigst du jetzt ein? Ja. Ich glaub, du kannst ihn... Ah, okay, geht schon. Ah. Lol, hab ihn. Okay, tschüss. Und. Wuuuh. Einfach direkt in der Luft. Machen wir mal. Patsui und gib Power neun Millionen ein. Okay, stimmt. Kannst direkt übertreiben. Alter. Hä? Ich kann... Ich kann nicht mehr... Ich lenke den Wa... Hä? Ich... Ich drück nach vorne und er fällt rückwärts. Du hast zu viel Power. Ja, ich hab zu viel Power. Was? So? Ja, das geht noch. Okay. Als ob. Ich hab nach vorne gehört und bin einfach nach hinten. Ja, klar. Das wär's. Ja, besonders wenn er halt nicht gebannt ist. Was? Ja. Stimmt. Mach mal minus 100. Ja, ich würd gerne einmal geradeaus fahren können. Hier ist... Och, Mann. Oh Gott, oh Gott. Wuuuh. Ich bräuchte halt wirklich mal ne gerade Strecke. Ab ins Wasser. Wuuuh. Dann nicht. Was? Spawn Cat? Als ob das geht. Spawn Cat. Ja, das ist eine. Eine Katze! Warte, 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 warte. Was denn? Du musst dich strecheln. Geht das? Jetzt haben wir so... Nein! Du kannst doch nicht die... Spawn Dog? Hä? Ja, komm. Delfin, Delfin, Delfin. Delfin, Delfin. 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 Achso. Oh, nicht Slash. Wir sehen nicht in Minecraft. Da, yo. Es geht. Als ob. Ey, ist das dumm. Der hat Geld gedruckt. Oh nein. Geht das auch? Hä? Spawn. Der heißt... Der heißt Money. Ich hab gerade spawn... Warte, können wir auch Lester uns holen? Boah, Lester. Ich hab Lester geholt! Lester! Endlich bist du bei uns. Endlich. Hör auf, in die Person zu reden. Hier, noch ein Lester für dich. Nee, mir reicht der eine hier. Daniel, er steht auch hier. Der Lester rennt! Und... Gerald, Gerald ist auch hier! Guck mal! Gerald? Ja. Was auch? Somm, der hat den Abschluss nach. Der Hund rennt weg! Der Hund rennt weg! Wir bleiben! Knubbel! Lass ihn doch! Den lass ich. Ich lass ihn. Wir fangen ihn später wieder. Hä? Den können wir essen! Habe ihn! Hallo! Leute! Boah, was das Geräusch gemacht hat! Das boh ich nicht gehört. Alter, das schreib ich. Boon hier. Drive on. Hä? Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Was hat der mich angetan? Leck mal da, du. Hilfe! Hilfe! Häh? Seht ihr das? Ich muss... Jaaa! Nein! Oh ich bin auch ne Flagge! Hä? Hä? Ja, aber, ich meine, können wir jetzt theoretisch alles machen? Ja, alles für was er Commands eingerichtet hat, oder was auch immer das war. Gott-Mode? Gott-Mode? Ja. Fragezeichen Gott? Tränen-Gas, ich teste es mal. Oh, warte, Fragezeichen Anime? Ich bin Gott, ich kriege keinen Schaden von dem Gas. Wollte sogar gehen, meinte er ja gerade auch. Als, nee, doch, doch, ich kriege Schaden. Hallo, bin ich, bin ich Gott? Nee, ich bin kein Gott. Klappt nicht. Oh, scheinbar. Schieß mich ab, ich habe auch eingegeben. Ja, okay, vielleicht, weil wir in einem Club sind. Kriegen wir Schaden von dem? Nee, aber hä, der schießt doch auch auf uns. Da habe ich jetzt gar nicht Schaden bekommen. Ja, wir glitchen auch überall rum, wenn wir sterben. Hä? Yo, was ist denn jetzt los? Alter, was für einen Film schiebe ich hier? Ich kann auch gar nicht mehr mit der Waffe schießen. Bounty Zombie. Was denn? Oh, Klon T-. Kannst du einfach eingeben. Man muss aber nicht mal einen ganzen Namen schreiben. Klon T-. Das habe ich doch gerade getestet. Ah, lol, da bin ich. Und ich habe grüne Haare. Ich habe mein Klon totgeschlagen. Ich auch. Ich habe nur Probleme. Lol, bei mir ist er ausgewichen und hat mich geschlagen. Der Klon will daneben übernehmen. Du bist erst hetzt. Lobado. Hallo. Hör, ich habe eine Flagge. Oh, das bautado. Nein, das will ich nicht. Warum habe ich denn jetzt eine Flagge? Kann man die nicht wegmachen? Nein. Wartan, warum? Hast du es geschafft, dich zu klonen? Jetzt habe ich mehrere Flaggen. Ich hatte schon einen Klon von mir, ja. Ich meine, Verlupen. Ach so, ja, ja. Alle eingegeben. Ah, das sollen wir testen. Okay. Ich muss erst werden. Ja, ja, okay. Okay, man fliegt dann hoch. Aber warum Lauch? Ja, man wird immer nach oben geboostet. Ja, dann gehe ich erst Launch, nicht Lauch. Ach so. Launch. Hier steht ja auch ein N. Ich habe immer nur Lauch gelesen. In Fragezeichen Lauch. Ich bin einfach komplett aufgeschlagen auf den Boden. Hä, ich kann es nicht. Warte, ich, 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 ich. Du ich zerplatze? Wenn ich wieder lebe, kommst du jemanden. Ah, jetzt, 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 jetzt. Okay. Oh. Dann nochmal. Und nochmal. Ja, jetzt bin ich in der Luft. Das ist jetzt natürlich blöd. Jetzt kannst du ein bisschen warten. Ja. Ich komme mal zu der Stelle, wo du landest. Warte, das kannst du jetzt schon abschätzen. Ich stehe auf dem Minimit, wo du bist. Warte. Nee, du bist ja ultra weit weg. Bin ich? Ja. Also hier ist jemand bei mir. Ja, aber du bist ja, keine Ahnung. Alter, der dreht die Scheibe kaputt. Aber was passiert, wenn ich jetzt so mache? Ich gehe mal in die Luft. Und mache dann, äh, was war das? Fragezeichen? Clone T-. Ah ja, genau. Das ist jetzt mein anderes Ich. Und es fällt einfach. Nein. Ich warte hier. Ich fang ihn. Ich sehe es. Oh nein. Der kommt jetzt runter. Da ist er. Warte, das ist Manu. Oh, da ist der Klon. Launch dich mal einmal. Ja, warte. Launch. Und tschüss. Ich stelle mich da hin. Und. Oh. Alter. Als ob. Ach, du heilige. Health geht auch. Ah, yo. Jetzt ist einfach so ein Medipack vor mir gelandet. Ja, und ich treffe mich wieder selber wegen dem God-Mode. Nein. Aua. Du bist doch getasert. Ja, eigentlich schon. Ich kann sogar weitermachen, wo ich liege. Als der Meer. Oh. Das wollte er nicht. Er hat gewonnen. Aua, nein. Aua. Lass mich in Ruhe, Maudado. Aua. Da ist die Sekunde. Da lacht er nur. Okay. Dann bewertet den Part. Schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.